Da bist du ruhig. Ich hab gerade wieder den Hüftler gemacht. Wir treffen uns dann oben am Vulkan. Ist wie ein Vulkan. Wieder global? Ja, dann bleibt mal kurz stehen. Bitte, bitte, bitte. Nicht ganz so, ja. Hab ich. Also ich kann hier ein... Mensch, ich bin stehen geblieben. Ich kann mich an euch nicht reparieren. Alles gut, Neo, oder? Ja. Repariert oder nicht? Nein, es geht nicht. So, die Scheibe ist doch wieder gut. Ich glaub, ich hab ge... Was passiert? Hä? Was ist los? Weiß ich nicht. Ich hör mir den Eistee. Hä? Was passiert? Das, was du machst, ist mir egal. Ich geb doch voll Gas. Jetzt vielleicht nicht mehr? Nur so ne Idee? Ach, Ivo hat doch gepasst. So geht's natürlich auch. Ich seh dein Problem nicht. Da kommt gleich noch so ne Kurve, nur dass du es weißt. Wieser. Und noch eine. Freshman, du könntest eigentlich auf dem Pier landen irgendwo. Ja. Gucken wir das gleich noch mal so ne Runde an. Ja. Das Ding da nämlich nicht. Uuh, das Runde ist ja auch geil. Sean Connish. Papa! Warte mal, kann ich da rüber? Kann ich das angenommen werden? Nee. Wie. Wien! Wien! Hahaha! Knapp! Knapp! Fahr zu schnell! Soll ich verhaftet? Ja! Ah, schon mal über einen Moment!